hallo und herzlich willkommen bei dein geld deiner verantwortung mein name ist wenn und wir schauen heute gemeinschaftlich auf meine voraussichtlichen bruttodividenden aus dem monat februar 2024 und da würde ich sagen gehen wir auch direkt einmal hier rüber zu die wie diary insgesamt ja voraussichtlich hier 78 euro und 79 cent brutto die erste ausschüttung ist bereits erfolg da gab es die british american tobacco mit 44 87 dazu kommen dann noch eine apple mit 11 euro 5 omega healthcare mit 18 euro 13 und costco mit 4 euro 74 naturgemäß bei mir der februar auch eher ja ein etwas schlechterer dividenden monat wenn man jetzt aber schon mal ein bisschen weiter schaut es stehen noch nicht alles für mehr als 24 drin aber da sind wir schon bei 199 euro und 60 cent wenn wir jetzt noch ein bisschen weiter scrollen und das finde ich persönlich sehr sehr schön und wir haben hier oben auch schon zwei tabs offen wurde jetzt heute announced richtig richtig gut juli 2024 world disney company 12 euro 26 disney hat ja aufgrund der coronakrise eine zeit lang eben keine dividende ausgeschüttet dann hat man gesagt nein man möchte vor allem in den streaming dienst weiter investieren auch da ja gibt es sehr sehr gute entwicklung gerade was das pricing betrifft natürlich verlierst du dann zwischendurch auch mal wieder ein paar abonnenten das so ist das spiel halt ja aber man hat sich jetzt dazu entschlossen und hier hat man hier von reuters eben ja die info kann man natürlich auch im investor relations bereich dementsprechend noch mal nachlesen aber hier kurz zusammen gefasst sehr schön es gibt ein aktienrückkauf programm in der höhe von drei milliarden us dollar dann haben wir eine dividende die 50 prozent höher ist als die dividende im januar das freut mich persönlich sehr was auch interessant ist man hat jetzt eben hinaus dass man in fortnight also in den fortnern hersteller in den spiele hersteller apple games investiert hat und das ispn eben ja zusammen mit anderen einen neuen streaming dies launchen wird das wird hauptsächlich aus meiner sicht die usa betreffen dass wir nba wie sie alle heißen dann in einem programm eben hast du nicht nur drei sachen abschließen muss dann sondern eben einen kombinierten dienst hast plus wenn ich das richtig in erinnerung habe gab es dann auch noch das announcement dass dann paket geben wird mit disney plus zusammen so dass man da auch disney plus noch für ja den ein oder anderen vielleicht ein bisschen interessanter gestalten kann also insgesamt wirklich sehr sehr schön hat mich ja durchaus sehr gefreut zusätzlich dazu haben wir den guten herrn hier heim schumacher ja ich scroll mal ein bisschen nach oben und die level hat auch ergebnisse gemeldet 7 prozent an der leyen sales growth haben wir hier wir haben price growth 6,8 prozent mit volume ab 0,2 prozent und auch die margen entwickeln sich langsam wieder nach oben trotzdem ist der neue cio nicht zufrieden also die aktien sowohl bei disney als auch bei der unilever haben wirklich sehr sehr positiv reagiert und hier auch eine 20 23 gesamtjahresergebnisse zeigen eben eine jahr verbesserte finanzielle performance eben mit der rückkehr des volumenwachstums aber eben auch die margen die leicht nach oben gehen und dass sie sich eben via moving with speed also wir bewegen uns schnell und wir müssen aber auch schnell sein eben um unilever ja into constantly higher performing business to transform das heißt permanent high performing business eben zu transportieren und umzugestalten umzubauen ich mein unilever befindet sich seit vielen jahren in dem umbau aber schön dass ich jetzt zumindest das gefühl habe dass das ja eventuell dann auch wieder eine andere richtung gehen kann wie gesagt beide aktien sehr sehr positiv reagiert und ja das betrifft natürlich auch mein portfolio und ich muss sagen wir eilen derzeit von all time high zu all time high bei mir im depot was mich persönlich sehr glücklich macht aber wir schauen uns das jetzt gleich einmal gemeinsam genauer an in portfolio performance rüber geht's mein portfolio hier steht derzeit bei 110.881 euro zwischendurch waren wir auch schon mal bei den 111 januar plus 2,4 prozent februar aktuell plus 1,8 prozent bedeutet gesamtportfolio entwicklung von 4200 euro und ja das ist schon echt wahnsinn in was von einer geschwindigkeit sich das portfolio bewegt na es ist noch gar nicht lange her 30 geburtstag hey wer geil über die 100.000 euro zu kommen so das hat geklappt dann zwischendurch wenn man beide portfolios zusammengenommen hat dann eben auch die 105 geknackt dann die 110 geknackt und jetzt ist es so dass wir alleine mit diesem portfolio hier schon über den 110.000 euro stehen natürlich ist immer eine momentaufnahme aber auch mein venture depot entwickelt sich weiter mit einer geschwindigkeit des wahnsinns januar plus 10,7 prozent februar plus 9,4 prozent portfolio wert hier mittlerweile bei 6000 euro das heißt wenn wir beides zusammen nehmen ja sind wir über die 115 in anführungszeichen entspannt schon rüber und kratzen fast schon an der 120er marke auch da fehlt wieder noch ein bisschen was aber ja wirklich in meinem depot aktuell ja eine sehr sehr gute entwicklung und ich hoffe oder ich gehe davon aus wenn man sich auch den gesamtmarkt anguckt für viele von euch ja eine sehr sehr positive entwicklung des portfolios wenn wir hier mal reingucken also der vingart ftc world hier sogar noch ein tickchen stärker gewesen in den letzten tagen was mich auch sehr freut eine ganz oben mit disney plus 25,9 prozent und wer also es kam nicht oft vor seitdem ich die unilever im portfolio habe dass die bisher spielerker performen als ein s&p 500 und andere das ist nur eigentlich ein screenshot von machen ja kommt auch nicht häufig vor aber wo liegt es ist natürlich auch schatten und hier unten habe ich selbstverständlich auch ein paar verlierer im portfolio und eine aktie die ja insbesondere mein portfolio verlangsamt aufgrund der schieren größe im depot ist dann apple wenn die sich nicht bewegt wir können hier noch mal rüber gucken bei den beständen 7,8 prozent portfolio anteil das macht natürlich was aus auf der anderen seite nur microsoft nach wie vor am laufen wie bescheuert jetzt 95 prozent anteil des portfolios also es ist schon ein absoluter wahnsinn wir gucken hier nochmal rein wie es denn in den letzten jahren so ausgesehen hat insbesondere hier im februar da war ich bei 52 euro und 39 cent netto dividenden also wir werden auch wieder in diesem bereich kommen mit denen eben angesehenen brutto dividenden spannend wird es vor allem dann hier im märz da hatte ich letztes jahr netto 179 90 da bin ich jetzt erstmal sehr sehr zuversichtlich dass wir da auch noch mal drüber kommen wie stark wir drüber kommen das finden wir dann raus der s&p 500 etf war jetzt in der betrachtung eben auch noch nicht mehr drin der vengard ftc world war auch noch nicht mehr drin also da kommt der ein oder andere euro brutto auch noch zusätzlich hinzu das heißt wenn wir hier auf eine quartalsebene gucken ja mit q1 definitiv stärker sein als in den vorjahren das heißt das treppchen geht schön weiter nach oben anders könnte es dann im q2 werden das schauen wir uns dann dementsprechend an weil da ja auch unter anderem eine fresenius mit dabei ist die eben 77 euro ausgeschüttet hat im jahr 2023 wo es ja voraussichtlich keine dividende geben wird und ich persönlich glaube ja das wird dann nicht gekovert durch weitere investitionen oder investitionen die im laufe des letzten jahres erfolgt sind plus dividenden erhöhung wird das wahrscheinlich nicht reichen um diese 77 euro 45 komplett zu covern aber ja das schauen wir uns dann an wenn es dementsprechend soweit ist long story short ich bin sehr sehr zufrieden mal sehen wie lange der zug hier weiter fährt der positive zug kann natürlich auch ganz schnell wieder eine andere richtung drehen von daher wir erfreuen uns an dem wie es gerade ist aber trotzdem ja auch immer die langfrist betrachtung selbst wenn das hier jetzt sehr positiv ist dann gibt es wieder gute so wie das dann gute jahre dann gibt es schlechte jahre wichtig ist vor allem was da in ja 15 20 25 jahren steht trotzdem ja freut es mich dann zwischendurch solche dinge eben zu sehen was mich wie immer interessiert wie sieht es bei euch aktuell aus einmal das thema brutto dividenden februar aber vielleicht auch mehr schon mal gerne in die kommentare schreiben und ich hoffe dass eure performance ja mindestens genauso gut ist wenn ich sogar besser als meine schreibt es mir gerne auch in die kommentare und dann würde ich sagen vielen dank fürs zusehen bleibt gesund und bis bald euer sven bis bald bis bald